Liebe Zuschauer von Gott im Puls, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Klinikpark auf unserem Weg der Stille. Wir befinden uns in der Evangelischen Lukas Stiftung. Mein Name ist Johannes Schütt und ich bin Seelsorger. Was erwartet Sie heute? Heute, unser Weg der Stille, hat vier Stationen zu Psalm 23. Und diese Stationen möchte ich mit Ihnen gerne durchgehen. Sie sollen Ihnen helfen, über Gottes Wort und Ihr Leben nachzudenken und auch ins Gebet zu gehen. Zunächst ein paar Informationen zu Psalm 23. Wenn Sie die Bibel genau in der Mitte aufschlagen, dann landen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Buch der Psalmen. Psalm heißt auf Deutsch Lied. Das Buch der Psalmen ist somit das Liederbuch der Bibel. Die meisten Psalmen wurden vor ungefähr 3000 Jahren von König David gedichtet. So auch Psalm 23. David hatte ein sehr bewegtes Leben. Als Kind war er selbst Schafhirte und verteidigte seine Tiere mit der Steinschleuder gegen Löwen und Bären. Er kannte sich mit Schafen aus. Später wurde er König von Israel und war militärisch sehr erfolgreich. Aber er hatte auch viel zu verkraften. Den Tod eines Kindes, Verrat von Freunden, Verfolgung durch den eigenen Sohn und nicht zuletzt auch eigenes Versagen. David beschreibt im Psalm 23 sein Verhältnis zu Gott mit dem Bild des Schafes und seines Hirten. Ich lese den Psalm vor. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wir befinden uns an Station 1 unseres Weges. Der Beruf des Hirten ist ein harter Job. Es ist schwere Arbeit und zwar rund um die Uhr. Zu Zeiten König Davids war ein Hirte immer bei seiner Herde. Er lässt die Schafe nie allein. Hirte zu sein bedeutete, dass man als Nomade lebt. Weil es in Israel nur wenig regnete, reichte die eine Weide nur für höchstens wenige Tage. Dann zog der Hirte weiter zu einem neuen Weideplatz. Diese Wege führten oftmals durch feldiges, karges Gelände. Schafe konnten sich dabei verletzen. Der Hirte würde ein verletztes Schaf verarzten, auf die Schultern legen und tragen. Schafe konnten vom Weg abkommen und sich verirren. Es gab keine Zäune, die eine Weide eingrenzten. Der Hirte würde das Schaf suchen. Wölfe oder sogar Bären oder Löwen konnten hinter Felsen lauern und sich auf die Schafe stürzen. Der Hirte ist immer wachsamer und wird für seine Schafe kämpfen und dabei sein eigenes Leben riskieren. Abends salbt er seine Schafe mit Öl, um sie vor Insekten zu schützen oder um ihre Wunden zu behandeln. Und bevor sie schlafen, sammelt er sie in einem Pferch und schläft selbst im Eingang, damit kein Dieb eindringen und die Schafe rauben kann. Der Job des Hirten war nichts für schwache Nerven. Wir wissen nicht, warum das Schaf auf dem Bild getragen werden muss. Aber der Schäfer weiß offenbar, was er tut. Warum er sich dieses schwere Tier auf die Schultern legt. Ich möchte Sie fragen, in welchen Situationen wünschen Sie sich derzeit einen solchen Hirten? Wo wünschte ich mir derzeit, getragen zu werden? Oder gibt es Stellen in Ihrem Leben, wo Sie momentan alleine kämpfen? Der Herr ist mein Hirte. So lautet ja der erste Vers in diesem Psalm. Gott wird als Hirte beschrieben. Die Fakten, die ich eben erzählt habe, machen deutlich, dass es sich da nicht um ein abgehobenes oder romantisches Bild handelt, wenn die Bibel von Gott als Hirten spricht. Sondern es zeichnet ein Bild von Gott als einem robusten Versorger, der rund um die Uhr da ist, der hart arbeitet, der mich versorgt, der mich auf den richtigen Weg leitet, mit mir durch dunkle Täler geht, mich beschützt, für mich kämpft, sein Leben für mich riskiert, mich pflegt, meine Wunden behandelt und mir ein sicheres Zuhause gibt. Könnte man anstelle des Hirten nicht auch ein anderes Bild verwenden? Zum Beispiel den Cowboy. Der Cowboy gilt doch auch als ein harter Mann für die harten Realitäten, der für jede Schlägerei zu haben ist und seinen Revolver immer griffbereit hat. Er ist auch immer bei seiner Herde, schläft unter freiem Himmel, ist immer im Dienst und immer wachsam. Aber es gibt etwas, das den Hirten vom Cowboy unterscheidet. Die Beziehung zu den Tieren. Der Hirte liebt seine Schafe. Der Autor Max Lucado ist Amerikaner und kennt sich mit Cowboys aus. Er schreibt, Haben Sie jemals das Bild von einem Cowboy gesehen, der die Kuh umarmt? Haben Sie schon mal einen Hirten gesehen, der die Arme um sein Schaf legt? Natürlich. Warum dieser Unterschied? Ganz einfach. Der Cowboy führt die Kuh zum Schlachten. Der Hirte führt das Schaf, um es zu scheren. Der Cowboy will das Fleisch der Kuh. Der Hirte will die Wolle des Schafes. Eine Rinderherde hat ein Dutzend Cowboys. Eine Schafherde hat einen Hirten. Der Cowboy ringt, brandmarkt, treibt sie und fängt sie mit dem Seil. Der Hirte leitet, führt, füttert und salbt sie. Der Cowboy kennt die Namen der Wegführer. Der Hirte kennt die Namen der Schafe. Der Cowboy brüllt und schreit die Kühe an. Der Hirte ruft jedes Schaf mit Namen. Sind wir nicht froh, dass Gott sich nicht der gute Cowboy genannt hat? Soweit Max Lucado. Warum also stellt sich uns Gott als Hirte vor? Es geht nicht nur darum, was Gott für mich tun kann. Es geht um viel mehr. Es geht um die Beziehung des Hirten zu uns und unsere Beziehung zu ihm. Gott will eine Beziehung zu mir. Warum? Der Hirte liebt seine Schafe. In der Bibel spricht Gott an einigen anderen Stellen von sich selbst als Hirten. Er sagt in Hesekiel 34, die Verse 15 und 16, Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott liebt uns. Er will eine Beziehung zu uns. Es verlangt ihm nach uns. Und er interessiert sich für unsere Nöte, unsere Verletzungen und unsere Bedürfnisse. Er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. König David, der Dichter vom Psalm 23, lebt in Bethlehem. Wer schon mal in Bethlehem war, der weiß, dass es dort ziemlich karg aussieht. Und direkt hinter Bethlehem beginnt die Wüste. Es regnet nur selten. Es herrscht Mangel. Mangel an grünem Gras, Mangel an Bäumen und damit Mangel an Schatten. Ja, und dann beginnt die Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo Mangel herrscht. Manchmal ist unser Leben eine solche Wüste. Wir erleben Mangel und das bringt Nöte mit sich. So gibt es materiell in Not, wenn grundlegende Bedürfnisse nicht gedeckt sind, wie Wohnung, Nahrung, Kleidung, finanzielle Versorgung. Ein zweiter Bereich sind situationsbezogene Nöte. Schwierige Lebensumstände, körperliche oder psychische Krankheit, Unfall, Unklarheit über den weiteren Lebensweg. Ein dritter Bereich sind beziehungsorientierte Nöte. Jeder von uns kennt Konflikte. Vielleicht wurden sie von Menschen verlassen, zutiefst verletzt, enttäuscht. All diese Dinge haben einen Einfluss auf unsere Seele. Wir können seelischen Not erleben. Wir können Angst kriegen, traurig werden, verzweifelt sein, bitter werden, verzagen und mutlos werden. Die seelischen Nöte sind von allen Nöten die intensivsten, denn sie erzeugen Schmerzen in unserem Herzen. Unsere Seele dürstet nach Leben. In diesem Psalm werden all diese Nöte angesprochen und dass Gott sich als guter Hirte darum kümmert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Deshalb steht hier eine Wasserschale und eine Bank inmitten einer grünen Wiese, einer grünen Aue, um zu zeigen, Gott möchte uns erfrischen und unsere Seele neue Lebenskraft geben. Es ist hilfreich, wenn wir das Bild von der grünen Aue in diesem Psalm etwas besser verstehen. Grüne Auen im alten Israel, das ist nicht, wie wir es uns vielleicht in Irland vorstellen, wo die Schafe wochenlang grasen können auf der grünen Weide, sondern grüne Aue in Israel bedeutet eine felsige Landschaft, wo vielleicht mal vorübergehend ein grüner Schimmer draufliegt. Die Aue reicht vielleicht für einen Tag und dann ist sie abgegrast. Und da kommt der Hirte ins Spiel, denn er ist dafür da, dass die Schafe eine neue Stelle finden, wo sie grasen können. Es gibt auch in der Gegend keine großen Gewässer, keine übigen Bäche, aber der Hirte würde suchen, wo eine Wasserquelle ist, wo die Schafe trinken können. Der Hirte sorgt dafür, dass sie für diesen Tag, für diesen einen Tag, etwas zu essen und zu trinken haben und dann wieder für den Nächsten und für den Nächsten. Es ist also nicht das Bild von einem Schäfer, wie er wochenlang auf derselben Wiese steht mit seinen Schafen und die Botschaft, die drin steckt, bedeutet, Gott sorgt täglich, tagtäglich aktiv für mich und er kümmert sich um das, was ich heute brauche. Er kümmert sich nicht nur um meinen Körper, er kümmert sich um meine Seele, er erquickt meine Seele. Ein wunderschönes Wort, erquicken. Er haucht meiner Seele neue Lebenskraft ein. Was hilft es, wenn mein Hunger gestillt ist und man hat vielleicht auch gerade keine Feinde, aber das Herz, die Seele ist trotzdem leer und durstig. Unsere Seele braucht einen Anker, einen Fixpunkt, einen Hüter, den guten Hirten. In der Bibel wird beschrieben, was Gott unserer Seele geben will. Er errettet die Seele, er bewahrt sie. Er führt sie. Er erhält sie am Leben. Er naht sich meiner Seele und er erlöst sie. Er erfreut die Seele. Er sättigt die durstige Seele. Er erquickt sie durch seinen Trost. Er behütet meine Seele. Er gibt meiner Seele große Kraft. Er nimmt sich meiner Seele herzlich an. Diese Beschreibungen machen deutlich, welche Funktion unsere Seele hat. Sie ist für die Beziehung mit dem lebendigen Gott geschaffen. Gott will den Durst unserer Seele stillen, indem er selbst die Quelle des Lebens, der Liebe, der Freude für uns ist. Er will dieses Loch in unserem Herzen füllen. Und dann sind wir fähig, uns auch all den Bereichen zu stellen, in denen wir Not und Mangel erleben. Er ruft uns in eine lebensspendende Beziehung zu ihm. Er erquickt meine Seele. Wenn Sie möchten, können Sie im Gebet den Durst Ihrer Seele ausdrücken und zum Beispiel so etwas sagen. Gott, mir mangelt es an diesem. Gott, mir mangelt es, mir fehlt es an diesem. Ich leide darunter, dass mir das und das fehlt oder dass ich diesen oder jenen Konflikt habe. Und Sie können sagen, wonach es Ihnen dürstet. Zum Beispiel, ich dürste nach Nähe, ich dürste nach Gemeinschaft. Ich dürste nach Stabilität. Was auch immer es ist. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Zuspruch geben aus Psalm 36, die Verse 8 bis 10. Wundervoll ist deine Güte, Gott. Im Schatten deiner Flügel suchen Menschen Kinderschutz. Sie genießen den Reichtum deines Hauses. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn ein Hirte mit seinen Schafen zu einem neuen Weideplatz zieht, kann der Weg durch ein dunkles Tal gehen, in dem wilde Tiere lauern. In Israel gibt es einige sogenannte Wadis. Das sind trockene Flusstäler, die oft lange Schluchten bilden können. Lange und enge Schluchten. Der Weg der Schafe kann sie durch so ein finsteres Tal führen. Die Schafe sind aber nicht allein. Der Hirte führt sie den Weg durchs dunkle Tal. In unserem Leben erleben wir dunkle Täler, sei es durch Krankheit, belastende Erfahrungen, schwierige Umstände oder vielleicht auch durch eigene Schuld. Das kann Angst auslösen und uns belasten. Wir fühlen uns orientierungslos und einsam und allein. Was ist der richtige Schritt? Was ist der richtige Weg? In unseren Lebensfragen und Entscheidungen sehnen wir uns nach Orientierung, Wegweisung, Beistand und Trost. Psalm 23 geht weiter mit den Worten. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Hier geht es um Führung, um Wegweisung und um Beistand, um Schutz und Trost in finsteren Tälern. Gott will uns den richtigen Weg führen. Das heißt nicht, dass wir keine finsteren Täler erleben. An manchen Tälern kommen wir nicht vorbei. Da gibt es vielleicht keinen Weg außenrum, sondern Gott führt uns mitten hinein. Er führt uns hindurch und auch wieder raus. Der Psalm wird genau an dieser Stelle ganz persönlich. Denn hier wird auf einmal Gott direkt angesprochen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Im finsteren Tal zu sein, ist schlimm genug. Noch schlimmer ist es, dort allein zu sein. Aber hier ist die Aussage, ich bin nicht allein. Du bist bei mir, Gott. Und hier wird gesagt, dein Stecken und Stab trösten mich. Wofür steht eigentlich dieser Stab, dieser Hirtenstab? Er ist oben geschwungen, damit der Hirte das Schaf am Bein fassen und zu sich zurückholen kann. Und er ist dafür da, um Angreifern die Flucht zu schlagen. Was würde er tun, wenn auf einmal ein Wolf kommt und ein Schaf aus der Herde rauben will? Der Hirte würde mit seinem Hirtenstab dem Wolf entgegentreten. Er würde sich schützend vor sein Schaf stellen. Er würde kämpfen, um den Wolf zu vertreiben. Und hiermit wird gesagt, genau das tut Gott. Er kämpft für uns, um uns zu beschützen. Jesus greift dieses Bild vom Hirten in Johannes 10 auf und sagt über sich selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie mein Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Jesus kämpft und siegt für uns. Den größten Kampf hat er schon gekämpft. Er hat sein Leben nicht nur riskiert, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns aus dem Würgegriff von Sünde und Tod zu befreien. Er ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld vor Gott zu vergeben. Und er ist vom Tod auferstanden, um uns Leben mit Gott als unserem guten Hirten zu schenken. So sehr liebt er uns und so sehr kämpft er für uns. Und nun dürfen und sollen wir uns an ihn wenden. Herr Jesus Christus, ich bringe dir meine Last, meine dunklen Täler und auch mein Versagen. Ich vertraue mich deiner Führung an. Bitte führe mich deinen Weg. Amen. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, heißt es in Psalm 23. Gott ist der Gastgeber in diesem Psalm. Gott füllt ihnen das Glas bis zum Rand, sogar bis zum Überfließen. Was für eine Aussage. Der Schöpfer des Universums deckt mir den Tisch. Es ist ein Festmahl für ihn und für mich. Es ist interessant, wo der Tisch steht, den Gott bereitet. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir denken vielleicht, wir können erst feiern, wenn alle Konflikte, alle Widrigkeiten und alle Feinde aus unserem Leben verbannt sind. Das Problem ist nur, das ist eigentlich so gut wie nie der Fall. Wir sind immer mit schwierigen Menschen oder schmerzhaften Lebensumständen konfrontiert und umgeben. Diese Dinge sind sowieso da. Gerade deshalb ist diese Aussage so bemerkenswert. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn man sich das so schön vorstellt, wie so die ganzen Menschen, die einen nicht leiden können, um einen herumstehen und mittendrin hat man sein Festmahl. Gott bereitet ein Essen für zwei, für mich und für ihn, hier und jetzt, inmitten von schwierigen Lebensumständen vor. Das ist keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern eine Botschaft für hier und jetzt. Ja, das Leben ist nicht leicht, es gibt Feinde und Leid und schwierige Lebensumstände. Das wird in dieser Welt nicht aufhören. Aber in der Gemeinschaft mit mir kannst du inmitten dieser Lebensumstände feiern und fröhlich sein und genießen. Gemeinsames Essen ist feiern. Gemeinsames Essen bedeutet Gemeinschaft, Beziehung. Und im alten Israel bedeutete es auch, ich nehme dich an. Du salbst mein Haupt mit Öl. Öl war das Parfüm in der Antike. Man nutzte es, um sich frisch zu machen. Öl wurde auch bei Schafen eingesetzt. Fliegen schwören um den Kopf der Schafe und legen ihre Eier in der Nase der Schafe ab. Ein paar Tage später schlüpfen die Larven und graben sich in die weichen Schleimhäute der Nase ein. Für Schafe ist dies schmerzhaft und sie reiben dann ihren Kopf auf den Boden und schlagen ihn sogar gegen Baumstämme, um diese fiesen Eindringlinge loszuwerden. Sie können dabei sterben oder gefährliche Infektionen erleiden und erblinden. Das Öl schützt sie vor den Insekten. Und das Öl wurde verwendet, um ihre Wunden zu verarzten und zu heilen. Was für ein Bild für Gott. Gott als Gastgeber, der mir den Tisch deckt und mich verarztet und heilt. Aber noch mehr. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Es geht darum, zu Gott nach Hause zu kommen und ein Teil von seiner Familie zu werden. Nach Hause kommen zu Gott, zurückkehren in die Beziehung zu ihm. Darum geht es. Jesus beschreibt es mit den schönsten Worten. Er erzählt folgende Geschichte. Ein Mann hat zwei Söhne. Der Jüngere fordert das Erbe, was ein absolutes Tabu war. Aber der Vater teilt Hab und Gut unter sie auf. Der Jüngere Sohn verkauft seinen Anteil, geht in ein fernes Land, führt dort ein wildes Leben und verschleudert sein Erbe. Eine Hungersnot kommt und ihm geht es schlecht. Er hängt sich an einen Mann und der schickt ihn zum Schweinehüten. Am nicht mal das Schweinefutter darf er essen. Das ist sein finsteres Tal. Dort kommt er zur Besinnung. Selbst die Arbeiter im Haus meines Vaters haben genug zu essen und ich verderbe hier. Ich will mich aufmachen und sagen, Vater, ich bin vor dir und vor Gott schuldig. Ich bin nicht länger wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Arbeiter. Also zieht er los. Als er noch weit entfernt ist, sieht er ihn seinen Vater. Der Vater rennt seinem Sohn entgegen, er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Sohn sagt seinen Satz, Vater, ich bin schuldig vor dir und vor Gott. Ich bin nicht länger wert, dein Sohn zu heißen. Was wird der Vater tun? Der Vater sagt, schnell, bring die beste Kleidung und zieht sie ihm an. Gebt ihm einen Ring an seinen Finger und Schuhe an seine Füße. Schlachtet das Mastkalb. Lasst uns feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. So ist Gott, so ist Jesus. Er gibt ihm seine Identität und seine Stellung als Sohn wieder. und er feiert ein großes Freudenfest, weil sein Kind nach Hause gekommen ist. So wird Freude sein vor Gott über einen Menschen, der zu Gott umkehrt und nach Hause kommt. Gott will uns. Wir haben ihm den Rücken gekehrt. Er will uns noch immer. Die Frage ist, wollen wir ihn? Wollen wir Teil seiner Familie sein? Dafür steht der Tisch für diese Liebe, diese Annahme, diese Gemeinschaft. Jesus Christus sagt, jeder, der mir Vertrauen schenkt, soll ewiges Leben haben. Ja, ich werde ihn am Ende der Zeiten zum Leben erwecken. Johannes 6, Vers 40. Und noch eine andere Stelle aus Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Gott wird mitten unter den Menschen wohnen und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. Keine Trauer, kein Schreien, kein Schmerz wird mehr existieren. Lassen Sie uns beten. Gott, danke, dass du die Tür aufmachst zu deiner Familie, zu deinem Familienfest. Danke, dass du Menschen von Herzen liebst, dass du sie einlädst, dass du kein Problem damit hast mit ihrer Unvollkommenheit und mit ihren Fehlern, sondern dass du ihnen gerne vergibst, wenn sie dich darum bitten. Ja, danke, dass du Versorgung hast und dass die Versorgung nicht nur für sich steht, sondern dass sie aus deiner Hand kommt, aus deiner guten und liebenden Hand. Vielen Dank dafür. Amen. Vielen Dank, dass Sie sich mit mir auf diesen Weg der Stille begeben haben. Viele Menschen beten den Psalm 23 regelmäßig, manche sogar täglich. Ich lade Sie ein, beten Sie doch den Psalm auch mal ganz bewusst. Zu unserem Weg der Stille gibt es ein wunderbares Begleitheft mit vielen Fragen und Pulsen, weiteren Gedanken. Das senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu. Sie sehen ganz am Ende eine Einblendung mit unserer E-Mail-Adresse von der Klinik und wenn Sie mir schreiben, dann schicke ich Ihnen das gerne digital zu. Und ansonsten können Sie natürlich auch alles weitere an Fragen und Punkten schreiben, was immer Ihnen wichtig ist. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt einfach einen guten Tag und Gottes Segen. und Gottes Segen. Vielen Dank.